Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League Grand! Ey! Einige von euch haben diese Folge bereits gesehen und zwar in meinem Livestream letzte Woche. Ich habe dort mehr oder weniger per Zufall mit Nick und einem Grand Champion zusammen 3 vs. 3 gespielt. Und da er eben Grand Champion ist, sind wir eben auch auf Gegner, die Grand Champion sind, getroffen. Und ich muss sagen, die Runden waren relativ geil, weswegen ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Aber wer mich kennt, der weiß eben, ich stehe auf Qualität und möchte nicht die Streams einfach nur so hochladen. Ich habe da ja die Replays genommen und einfach nur das Audio drübergelegt. Bei Toren wird man aber schnell asynchron, da man nicht die Replays der Tore in den Replay-Dateien sieht. Was das Ganze dann so ein bisschen schwierig für mich gestaltet hat. Aber ich habe mir Mühe gegeben und kann euch hoffentlich eine richtig schöne Runde präsentieren. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt mir Feedback in die Kommentare. Übrigens am Samstag um 18 Uhr ist mein Skin Contest, wo es um 10.000 Rocket League Credits geht. Sehr gerne vorbeischauen, twitch.tv slash anyart. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit 3 vs. 3 in einer Grand Champion Lobby. Ich habe einen neuen Partner, G2A. Dort kannst du Spiele- oder Guthabenkarten zu richtig günstigen Preisen kaufen. Und Hardware-Produkte wie zum Beispiel Mäuse oder Controller gibt es dort auch. Mit dem Gutscheincode anyart bekommst du übrigens 3% Cashback. Link ist in der Beschreibung, check ihn gerne ab. Das ist eine Lackierung. Lackierung, okay. Also ich bin link. Anandized. Okay, ich gehe weg. Ich bin nach oben. Oh, nice. Ich bin hinten im Zor. Oh, Junge. Du merkst sofort die Qualität. Junge. Junge. Ich warte mal, was er noch macht. Ja. Ah, ich erzähle mich dann da ein bisschen hier. Hab ich weggerammt? Dom für dich? Jo, warte. Kommt zu dir, Nekon? Nice, man. Vorhin gibt es Demo. Jo, Nekon aber ich gehe kurz wieder... Rotation ist halt crazy, ne? Was hier jetzt? Ja, schön. Ich stele vorhin nur ein bisschen Boosts weg. Ich kann den vielleicht noch irgendwie... Ja, ein bisschen. Oh, sorry. Hab ich, alles gut. Ja, nochmal. Schönes Ding. Nochmal zu Baggy rüber. Kann ich auch annehmen. Ja. Oh, Doppel. Ah, was versucht aber... Ah, schade. Das Einzige, wenn es der Gamespeed... Ja, das stimmt schon. Ist alles ein bisschen schneller geworden, die ins Zieren. Gerade stehen. Die Ecke sind da. Ja, danke. Oder Block. Kannst du gleich, ich bin am zweiten Pfosten. Oh Gott. Achso, du bist weg, okay. Ja, ich bin am Pfosten. Ja, okay. Da sind wir. Ja, hab ich. Nice. Nice. Gut. Noch mal. Nein, schade. Ah, kein Boost mehr. Jo, hast du... Ja, ja, Baggy hat den. Schön. Ich komme mal mit in die Mitte, aber... Wird schwer. Ja, oh, ja, guck ich aber nicht dran. Nicht so. Achso, come on. Ja. Nein. Nein. Ja, schade. Komm mal rein. Noch mal. Ah. Gerade. Auch was, jetzt bin ich nicht hinten. Du bist alleine. Achso, aber, Nico. Nice one. Schön. Guter Trail. Hab ich. Oh, guter Block. Ist mein Zorn. Ich gehe mal hoch. Ah, er kommt früher dran. Baggy für dich. Oder? Ah, nice. Ja, er blockt. Kommt er aber nicht dran. Dann wirkst du immer so gechillt, hast du dich schon mal richtig aufgeregt. Also, schaust du meine Streams? Ich riege mich so oft auf. Richtig auf. Genau, so. Push mal. Nein, ich bin nicht. Kannst du gleich annehmen. Ich kann ihn hier liegen lassen. Vielleicht. Irgendwie so. Danke. Nice one. Nice. Ich gehe mal ran. Oh. Ich habe den Buss nicht bekommen. Ich bin nicht so. Ja, sorry. Wichtig. Ich gehe an den zweiten Pfosten erstmal. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie besser rotieren. Gut. Neko, geh raus. Ne. Oh. Er rettet selber. Push mal. Aber auf geht der Moth. Ich gehe da vier. Darf ich? Ich. Ich fände wieder ein bisschen offensiv hier. Für dich nochmal, Baggy? Ja, ich gehe da. Nochmal, bitte. Kommt. Uff. Neko, jetzt kann man. Lass ihn gleich rein. Oh, schade ey. Hast du nochmal? Oh, Neko. Lige. Das Nahstrenges Spiel, krass. Ja, crazy, ne? Wir machen noch ein paar Mädchen, also vielleicht so zwei, drei oder so. Fährst du? Sorry, ich habe nicht, habe nicht, äh... Ah, okay, alles gut. Ich bin immer gewohnt, links fährt. Ja, ja, genau. Das ist so. War schon mal vorne dabei. Ich gehe da nochmal mit ran. Ah, schade. Ich habe jetzt keinen Boost und gehe mal Richtung zweiten Pfosten zurück. Ja, okay, alles easy. Block mal. Ne. Genau, im Tour erstmal. Ich habe 0, aber nicht, wenn ich blocken will. Uff. Schön. Wichtig, Neko. Ich bin gerade ein bisschen doof im Tour, habe ich das Gefühl. Ich bin ja fein. Ah, warte. Okay. Sorry. Sorry. Ich bin ja Block, ne? Passt. Ich hole mit dem Corner Boost hier. Aufpassen. Hab ich. Okay. Da ist. Ah. Ich mache mich da nicht mehr. Ja, schon mal Block. Ah, kommt er gut. Macht er gut. Ich bin ja immer noch outplayed. Neko ist auch gerade ein bisschen outplayed, aber wir kommen wieder gut zurück. Wieder hinten. Und den? Ja. Ah, schlecht. Ich bin hinten. Ich bin am zweiten Pfosten dann. Hab ich. Moderation klappt halt mega gut gerade. Also es ist echt gut. Backboard. Gefährlich. Ich bin outplayed wieder mal. Aber schon. Komm zurück, Twitch. Boah, schöner Bump. Ja, Mann. Warte, ich hab noch mal. Ne, ja, ja, ja. Boah, geht hoch. Bring ihn aber mit dir. Das ist zu weit. Sorry. Gut. Wieder Block. Jetzt wird den Pfosten zurückfahren. Oh Gott. Sorry. Ah, es ist halt. Ah, schlecht. Habe ich mir hochbekommen die Ball. Ah, er ist wahrscheinlich schneller. Ne, ich block. Ah, ich bin tot. Ja, geht vorbei. Boah. Wieder so ein 0-0 ey. Ich meine. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist anstrengend, ey. Das ist anstrengend. Also für mich, für uns halt auf jeden Fall nochmal eine Ecke mehr als für mich wahrscheinlich. Ist ja eigentlich sorry, Chat. Schönes Ding. Das geht schon. Das Problem ist zur Zeit, die Ranks sind eh ein bisschen fack. Zurzeit ein System. Und da spielen Leute viel zu weit unten, die eigentlich viel weiter oben gehören. Oder wie ich zum Beispiel zur Zeit viel zu weit oben bin. Geh mal drauf jetzt auf den Ball. Ah. Ich geh da hinterher. Lower in Boost. Vorsicht. Vorsicht. Schön, super. Das macht ja gut. Jo. Ne, come on, come on, come on. Come on Boost. Ah. Ja, war ein guter Touch. Wichtig. In dem Moment. Hinten. Ja. Der ist einfach gut nicht. Ah, der ist gar nicht schlecht. Ja, Mann. Oh. Hab ich. Oh, sorry. Alles gut. Genau da reingefallen. Kein Boost. Aber gut, das war gut. Das war gut, das war gut. Ja, der ist ja nicht schlecht. Ja, schön. Bin komplett aus dem Spiel. Sammeln, die kleinen Pads. Bleib hin. Ja, Mann. Richtig. Oh, keine Ahnung, der kommt. Das ist eigentlich scheiße. Ah, ne, passt schon. Da ist keiner da, wenn es euch. Oh, da kommt doch einer. Ja, den hab ich gar nicht gesehen. Voll schön. Oh, Mann. Oh, Mann. Verteidigt das, ne? Bin gedemot? Von oben. Ja, hab ich mich getasht. Ja, Mann. Come on. Lass uns hier ohne Gegenteuer rausgehen. Okay, nochmal gefährlich. Ja. Schönes Leben. Boah, Junge. Zweimal 1-0. Zweimal ohne Gegenteuer. Ich möchte mal was sagen. Das waren alle drei Grand Champs. Ich weiß nicht, ob ihr Buckus-Mod kennt. Da sieht man das ja. Ja, ja, ja. Was du für eine MMR hast. Und die waren alle drei Low-gezählt. Der eine war kurz vor-gezählt. Der war 15-13. Der hat zwei Punkte gefehlt. Ja, das war's mit der Folge. Falls du noch mehr Runden sehen möchtest, die es aber nicht in die Aufnahme geschafft haben, in der Beschreibung ist der Link zu dem Stream, auch mit Zeitstempel gerne dorthin gehen. Dort könnt ihr nochmal alle Runden, die wir noch gespielt haben, angucken. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.